Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Das ist Emma, das ist meine Freundin Claire, das ist Emma. Oh, sich mit dem Feind verbünden. Wünsch dir viel Glück. Nein, ich will duschen und nicht versehentlich geändert werden. Sie hat seine Nummer. Was hast du ihm geschrieben? Das war ein Date. Du hast sie auch nach Hause begleitet. Gut, dann war es ein Date. Und du musst sie verlassen. Du hast ein Haus mit Claire. Das war eine finanziell gute Entscheidung. Nicht, wenn du es gleich wieder verkaufst. Liebst du etwa die anderen? Wie war es? Wie jeden Abend tanzen gehen, du weißt schon.